Ja, der kleine Alan ist okay. Die Zwillinge haben das meiste abgekriegt. Gut, gut. Hör zu, Donna. Du hattest recht. Unsere Beziehung ist zu Ende. Zu Ende? Naja, wir können es doch nur beenden, oder? Ich dachte, wir könnten auf das nächste Level aufsteigen. Auf das nächste Level? Was kommt denn nach? Langweilig, abgestumpft und fantasielos, hä? Ich werde es dir sagen. Der Tod. Nein, danke. Ich war schon verheiratet. Aber Alan... Tut mir leid. Aber seien wir doch endlich mal ehrlich. Ich... Ich habe keine romantischen Gefühle mehr für dich. Gar keine? Gar keine. Oh, oh. Komm schon, Donna. Es ist doch keine Lösung, wenn du weinst. Bitte glaub mir. Besser, wir finden ein Ende, solange wir noch Freunde sind. Leb wohl, liebe Freundin. Oh, verschwinde! Was machst du denn? Gar nichts. Oh, hi. Du musst Alan sein. regul bist du, wenn du, wenn du letztes you mir and wirst. ertalchen. Aberối granddaughter. Und *** Vielen Dank.